Nein, warum Girassi ausgerechnet er? Ich komme sehr ruhig, ich komme! Mach dir nichts draus, das wird schon wieder, Junge. Warum? Wird nichts Schlimmes sein, komm. Inzwischen... Ja, Dennis, mach ihn! Mach ihn! Nein, es tut mir leid, Seru, es tut mir leid. Mann, jetzt spiele ich einmal nicht und wir verschießen direkt einen Alphometer. Egal, Männer, nächste Woche neue Chance, wir machen das schon. Yes, mate, jetzt ist meine Chance! Girassi ist verletzt, jetzt muss ich Tore machen, Tore! Äh... Was? Harry, kann er drei Tore gemacht oder was? Nein, Mann, keine Chance, er wird mich nicht einholen. Ich werde Torschelsenkönig, habt ihr gehört? Ich werde Torschelsenkönig!